Aschenstedt 25.06.2013 Da hinten ist das Pol Da hinten ist das Ja, ich denke wir noch Bumpback Da vorne ist es bei der Backing swap Wir sind wirklich gut geht hier ist noch ein bisschen hart fast schon steht So, jetzt ist das Taschenstedt, gehört zu Dötlingen, die hier so 50 erlaubt und auf dem Verkehrsschild zwei schwarze Kippen. Gerade im Dreirad sogar noch schlechter als meins. So, jetzt machen wir das Wasser schon, da ist es wirklich ein Verschirm, ganz fast. Und tschüss.